Die ganze Welt schaut nach Oberhof, meine Damen und Herren. Mein Atem wird flacher, muskelgespannt, blickehaft'n Blick an mir gebannt, der Stille, dann Abzug, Konzentration, fährt man am Limit, was ist der Lohn? Und dann schießt es durch die Adern. Und dann schießt es durch die Adern. Die Frauen zerfallen, kein Weg zurück, ewig dieser Augenblick. Eine Sekunde dauert stundenlang, Konzentration auf das, was man kann. Danach ist davor, es gibt kein Zurück, holt man den Sieg, jubelt Rennenglück. Die Säge gesetzt, volle Kraft voraus, die Last, die man trägt, die hält man kaum aus. Und dann schießt es durch die Adern. Und dann schießt es durch die Adern. Die Angst. Die Angst. Die ensuite. Die. Die Mali. Der Vater ist in der Bahn, vom Wendorf, seine erste Gruppenkombination, links, rechts und da zieht das Dauber runter, die lange Gerad hinein in den Ziel kreisen. Ja, er schafft es, wir haben den neuen Fabrikos in Oboe, super! Und dann schießt es durch die Adan. Und dann schießt es durch die Adan. Und dann schießt es durch die Adan. Und dann schießt es durch die Adan.